Wow, ist das Ding breit. Heute Boltman CR4 12 von 30. Hier ein Cabriolet in Geil. Man, ist alleine scheiße. So, hier ein Huracan Techniker gefunden. Ich freue mich. Ja, genau. Hier. Ja, halber Bingo. Äh. Ja, genau. 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 Hier haben wir einen Klack von Wandel und der Urhurs ist schon wieder komplett Carbon. Ah, aber die kennen den schon, den haben wir vor zwei Jahren auch gesehen. Das ist auf der Straße. Ah, das ist wieder nicht. Ah, ja. Sargeek! Das ist höher. Deine Arm! Der ist was wie der Vorfeller. Nee, da habe ich doch was anderes in der Ferne gesehen. 150 steht immer was, aber nur noch was. Alle die Zahlen. Hier. F8. Aber was noch viel geiler ist, FDO und A-Wetterdorf. Ja, da. Ja, da. schon der zweite dieses jahr mit diesen 60 anniversary so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Boah, diese Farbe Redhead Ich würde das als Karpel, ich würde das eigentlich immer als Karpel... Ja! 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 Hier! 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 Wow Das ist der Typ mit dem Veyron Ah ok Das ist der Typ der dem Veyron gefahren hat Ja Ja was du willst Das ist der German Supercar oder Ja Ja da kommt der Black Series und der GT Ja das ist ja auch mal Ja das ist ja Hat sich angeschlichen Ja wirklich Einmal durchs Rücken bitte Das ist der Typ Wie ist der Typ? Was ist der Typ? Amen! 11. 11. 16. 17. 18. 17. 18. 18. 18. 19. 20. Es hat Ja, da! Einmal, komm, einmal! Ja, hier, das ist der GT3S. Ich hätte das mit den 4 Halberkassen nicht hingehen lassen dürfen. Ich habe das für nächstes Jahr. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Weil wir das jetzt geschafft haben. Das ist du immer. Der Chef ist fast genau der GT3S. Hier. Der dritte. Moment, da habe ich den Gast vorhin bestimmt, was es auch gibt. Ah, let's! Das ist eine Idee! Das ist eine Idee! Mann! Das ist eine Idee! Das ist ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017